Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich Willkommen zu VoiceOver Cars. Im Bereich der Elektro-Kombis. Was haben wir denn da? Wir haben den MG5. Dann haben wir den Opel Astra. Auf der gleichen Basis basiert natürlich auch der Peugeot 308 SW. Und dann haben wir erstmal ganz lange nichts. Und dann kommt irgendwann der Volkswagen ID.7 als Kombi. Aber den gibt es noch nicht. Der Peugeot 308 SW. Der fährt aber im kommenden Jahr in die Verkaufshäuser. Und deswegen habe ich mir gedacht, bilde ich mir doch mal meine eigene Meinung zu diesem Elektro-Kombi. Und ganz kurz für euch. Der ist 4,64 Meter lang. Mit Außenspiegel 2,06 Meter breit. 1,44 Meter hoch. Und 2,73 Meter misst der Radstand. Damit ist er vom Radstand her etwas länger als die Limousine. Teilt sich aber den gleichen Antrieb. Und der ist relativ besonders. Wir haben hier 115 Kilowatt an Leistung. Ja, der alte Jens würde jetzt sagen, boah, wer kommt denn mit so wenig Leistung? Klar, der neue Jens sagt, eigentlich jeder. Und viel mehr Leistung braucht man gar nicht. Das sind 156 Perdestärken und in dem Moment von 270 Newtonmeter. Ja, die richtigen Elektromobilisten, die werden jetzt sagen, ach, das Ding hat Frontantrieb. Ach, nee, nur Kutschen werden gezogen. Whatever. Wir brauchen doch Hinterradantrieb. Warum baut man denn sowas? Ich kann euch sagen, warum Peugeot oder Stellantis das so baut. Denn dieses Fahrzeug basiert auf einem konventionell angetriebenen Modell. Das heißt, diesen Wagen gibt es auch noch mit ganz klassischen Antrieben und nicht nur mit einem Elektroantrieb. Und dementsprechend macht es Sinn, dass man es so baut. Großer Nachteil natürlich davon, unter der Motorhaube ist kein Frunk. Da ist die Technik verbaut. Das heißt, da habe ich keinen vorderen Stauraum für das Ladekabel. Und ich muss das Ladekabel dann halt auch noch in den Kofferraum legen. Kofferraum ist großartig, finde ich. 548 Liter. Und wenn ich das alles umklappe, 1574 Liter. Da gibt es also gar nichts zum Meckern. Wenn ich was zu kritisieren habe, dann ist das die Zuladung. 384 Kilogramm ist schon nicht mehr ganz so viel. Und jetzt, wo ich schon am kritisieren bin, der Wagen hat eine Anhängerkupplung. Aber ich darf damit keine Anhänger ziehen, sondern nur einen Fahrradträger montieren. Da ist dann die Stützlast immerhin 80 Kilogramm. Das geht vollkommen in Ordnung. 80 Kilogramm reichen für zwei handelsübliche Elektrofahrräder. Und wenn das nicht reichen sollte, weil zum Beispiel der Fahrradträger zu schwer ist, dann könnt ihr den Akku rausnehmen und im Fahrzeug verstauen. Müsst aber darauf achten. 384 Kilogramm Zuladung maximal. Wie gesagt, der Motor, der ist was Besonderes. 115 Kilowatt Elektromotor. Und den Motor kennen wir schon so aus dem Opel Astra, aus dem Opel Astra Kombi. Oder halt auch aus dem Peugeot 308 und natürlich aus dem 308 SW jetzt auch. Und ja, der verspricht laut WLTP-Norm eine Reichweite von 409 Kilometern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man die sogar erreichen kann. Denn der WLTP-Verbrauch wird mit 15,6 oder 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben. Und mit diesem Motor kann man es im Alltag tatsächlich schaffen, diese Werte zu unterbieten. Das hat der Opel Astra schon bei der EDA 1000, ich verlinke euch das Video mal hier oben, schon gezeigt. Ganz klassisch. Wir sind damit in die Berge gefahren. Ja, zugegeben, nicht bei eisigen Temperaturen. Eisige Temperaturen mag kein Elektroauto. Und das spiegelt sich dann auch in der Ladeleistung nieder. Aber kann man schaffen. Tatsächlich. Das heißt, wir haben ja ein Elektro-Kombi, welches man relativ sparsam fahren kann. Ja, jetzt kommen wir noch zum weiteren Kritikpunkt. 11 kW an AC, ja, okay, wegen meiner. Wir haben ja auch nur eine 54 Kilowattstunden Bruttobatterie. Das heißt, 51 Kilowattstunden kann man davon netto nutzen. Das heißt, der ist dann in fünfeinhalb Stunden wieder voll. Das heißt, über Nacht spielen. Wenn man denn zu Hause laden kann, kann man aber zu Hause oder beim öffentlichen Arbeitgeber oder wo immer nicht laden. Ja, dann muss man an die Schnellladesäule. Und da hat er halt eine Peak-Ladeleistung von 100 kW. Und da muss ich wirklich sagen, das ist einfach 2024 nicht mehr State of the Art. Wir haben hier ein 400-Volt-System. Ja, wir sind hier im Preissegment unterwegs, wo man eigentlich sagen müsste, Mensch, der müsste günstig sein. Aber zum Preis kommen wir gleich auch nochmal. Gut, der ist natürlich hervorragend ausgestattet. Machen wir uns da nichts vor. Der kommt auch als GT-Modell auf die Straße. Dann hat er 18 Zöller und so weiter. und ein digitales Info-Display mit 3D-Ansichten. Was ihr alles so haben wollt. Oder eigentlich, was man gar nicht braucht, wenn man Kombi haben will. Eigentlich. Warum kaufe ich ein Kombi? Weil ich möglichst viel transportieren will. Dann sagt man mir hier, Anhänger ziehen ist nicht und Zuladung ist auch nicht so hoch. Schwierig, schwierig. Ja, und dann kommen wir zum Preis. 45.765 Euro. Da geht es dann los. Peugeot 308 SW. Ja, und dann nützt mir das auch nicht, dass er eine ganze Vielzahl von Assistenzsystemen hat und LED-Scheinwerfer und eine Einparkhilfe und eine Wärmepumpe. Dann ist er eigentlich für die Familie, die ein Kombi braucht, ist er damit eigentlich einen Ticken zu teuer. Aber das ist meine persönliche Meinung zu dem Fahrzeug. Ich möchte ausdrücklich den Verbrauch loben, weil ich glaube, dass man da auch wirklich diesen Verbrauch, diesen WLTP-Verbrauch schaffen kann und auch drunter fahren kann, wenn man es möchte. Legt man es natürlich darauf an und beschleunigt möglichst schnell immer von 0 auf 100, dann schafft man den Wert natürlich nicht. Aber das gilt beim konventionellen Fahrzeug natürlich auch. Ja, was möchte ich noch kritisieren oder loben? Also ich finde, der Peugeot 308 SW, genau wie der Opel Astra Sport Tourer, die sehen beide richtig gut aus. Aber da schreibt mir doch einfach mal eure Meinung zur Optik in die Kommentare. Und wie gesagt, für diejenigen, die sagen Elektromobilität, nein danke, beide gibt es auch noch mit konventionellen Antrieben. Und ich schaue mir das Fahrzeug früher oder später mal an. Kleiner Kritikpunkt noch beim Elektro, also beim 308 SW oder beim Peugeot E308 SW. Rekuperation ist nur einstellbar mit B, also für die erhöhte Rekuperation, das heißt nur in zwei Stufen. Da würde ich mir mittlerweile auch mehr Rekuperationsstufen wünschen. Und ja, ansonsten bin ich mal gespannt, wie er da draußen ankommt bei der Zielgruppe, weil ganz ehrlich, 45.765 Euro, das ist eine Menge Holz für eine Elektro-Kombi. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Liebe Grüße hier von mir aus meinem kleinen Homeoffice momentan, denn ihr merkt es noch, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen kommen momentan noch so wenig Videos, aber das soll sich wieder ändern. Deswegen freut mich das auch, dass diese Meinungsvideos hier tatsächlich ganz gut ankommen auf YouTube. Schreibt mir eure Meinung, ganz wichtig, gerne in die Kommentare. Hinterlasst ein Like für das Video und natürlich ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße, euer Jens. Ciao. 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 Ciao.